Der SV 98 hat eine bewegte Woche hinter sich. Nachdem man sich in der Tabelle immer stärker der Abstiegszone näherte und auch nach der Winterpause keine sichtbare Verbesserung zu erkennen war, zogen die Vereinsverantwortlichen die Reißleine. Trainer Dirk Schuster und seine Co-Trainer wurden freigestellt. Nur ein Sieg aus den letzten zehn Spielen war einfach zu wenig. Wir müssen ja gucken hier, wo fährt das Schiff hin, wo ist es und ist es an der richtigen Stelle. Und wenn wir sagen, das Schiff ist im Moment an der falschen Stelle, aufgrund einer längeren Entwicklung der letzten Wochen, dann hat das nichts unbedingt mit einem Spiel vorher zu tun, sondern dann muss man ja gucken, inwieweit die Zukunftsprognose positiv oder negativ ist. Und wir haben sie erstmal, das hört sich jetzt hart an, aber ich glaube, das ist letztlich der Kern der Entscheidung, wir haben die Zukunftsprognose eher negativ bewertet in dieser Konstellation und möchten, wie es so schön heißt, ich glaube, da steckt dann zum Schluss mehr drin, mit einem neuen Trainerteam auch, wie ich schon mal gesagt habe, neue Impulse, neue Ideen, neue Themen und vielleicht auch der Mannschaft neue Handlungsanweisungen mitgeben, die hoffentlich dann zu besseren Ergebnissen führen und definitiv zu mehr Punkten, weil wir wollen alles, nur nicht allzu lange nochmal da unten drin stecken. Während die Suche nach einem neuen Trainer in vollem Gange war, übernahm der sportliche Leiter Kai-Peter Schmitz als Interimstrainer die Leitung der Mannschaft, um sie auf das wichtige Spiel gegen Dynamo Dresden vorzubereiten. Die erste Reaktion der Mannschaft ist auf jeden Fall, dass sie jetzt weiß, dass sie in der Pflicht steht, dass sie weiß, dass ist auf jeden Fall jetzt der Zeitpunkt, um wirklich ohne Ausreden Vollgas zu geben und alles reinzuhauen, um endlich wieder ein Dreier einzufahren. Das ist das, was man auf jeden Fall sieht. Das Engagement war auch vorher extrem hoch. Die Jungs sind Profifußballer und wollen jedes Spiel gewinnen. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Und da kann man auch ganz klar sagen, es hat sich vom Engagement der Spieler nichts geändert, aber der Wille, ein Spiel zu gewinnen, wie wir untereinander sprechen, ist extrem hoch. Diesen Willen auf den Rasen zu bringen, gelang den Lilien dann auch am Samstag. Vor heimischem Publikum gewannen die Darmstädter mit 2 zu 0. Am Wochenende verkündete die Vereinsführung nun die Verpflichtung von Dimitros Gramossis als neuem Trainer. Gramossis war bisher als Trainer der U19 beim VfL Bochum tätig. Dass die Wahl der Darmstädter auf einen so jungen Trainer fiel, ist dann doch ein wenig überraschend. Ja, natürlich ist es eine sehr, sehr schöne Wertschätzung vom Verein. Ich glaube, dass hier auch ein Plan dahinter steckt unter dem System Darmstadt 98. Und das hat mich natürlich auch sehr, sehr positiv gestimmt. Dennoch bin ich mir der Lage bewusst, dass es natürlich jetzt kurzfristig erstmal darum geht, die Mannschaft zu stabilisieren, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu schaffen. Und dann kann man sich, glaube ich, um die nächste Aufgabe kümmern. Aber die erste Linie besteht darin, jetzt erstmal kurzfristig so in die Spur zu kommen, dass man dann auch ruhig planen kann für die nächste Saison.